Zu jener Zeit, in der das Jahr sich neigt, warten wir zwei daheim auf die Bahn am Gleis. Sie holt uns ab, bringt uns heim. Wenn das Timing stimmt, halte ich dich fest im Arm und bin alles in einem. Jeder Tag ein Spagat zwischen Arbeit und lässig bleiben, immer da für dich von meiner besten Seite. Denn diese Mutterschaft, die mich fast zur Heldin macht, verleiht mir eine ganz besondere Superkraft.